Also eine, die korrupt ist und sozial ist, ist Dr. Angela Merkel. Sie hatte den letzten ein wenig Schrittlauffall. Wahrscheinlich war es ein wenig kalt. So mit Damenkleidern in der Kälte raus. Da hat sie angefangen zu schlottern. Aber ich glaube, es geht ihr gut. Sie nimmt keinen Alkohol, keine Drogen, keine Zigarette, nichts. Sie lebt gesund und nimmt Flüchtlinge auf. Ich habe schon gehört, dass sie junge, schwarze Flüchtlinge lieber hat. Weder weibliche Flüchtlinge. Aber das ist ja gut geschrieben. Sie darf das schon kommen. Also wenn sie auf junge, schwarze Flüchtlinge steht, soll sie sie doch auch einholen, damit Angela Merkel etwas zu spielen hat. Und sie hat mir kürzlich gesagt, es werden schon gut kommen mit Flüchtlingen. Es müsste jetzt einfach so passieren. Und nachher irgendwann, wenn der Krieg in Ritrea wieder vorbei ist, kann ich sie dann wieder zurückgehen. Und ich habe uns ein Dorf wieder aufgebaut, das beim Krieg einfach zu Boden gewalzt worden ist.